Hallo Leute, willkommen zurück zu GTA San Andreas Und in diesem Part machen wir die Feuerwehrmission Und wir haben gestern NHL, wir hoffen, ihr habt Spaß dabei bei NHL Und jetzt machen wir halt mal die Feuerwehrmission Dazu fahren wir jetzt zusammen da hin Das wird wahrscheinlich ein längerer Part werden Hier steht natürlich kein Feuerwehrauto hier Dann machen wir einfach nochmal weiter weg Schöner Trift war das Da steht der Feuerwehrwagen Ich weiß nicht, wo du bist Ich weiß nicht, wo du bist Ja Leute, ich kenn halt die ganzen Schleifwege Da macht mir sogar schon Platz Ich bin schnell wieder Blip Ich bin schnell ein Auto 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 Wir lassen die Feuerwehrmann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zu langsam zum Let's Fail hier, ey! Ach, boah, lass halt die Fresse! Und jetzt hin... Läuft gerade richtig gut! Ja, Leute, wie war euer Arbeitstag heute so? Wir haben heute Montag, will ich Ruhi aufnehmen? Also, die sind hier nicht in der Dunkelheit. Ja, das ist es weiß ich nicht! Ja, das ist das weiß ich! Wunderbar ist, warum ist am transmiss... Wunderbar ist die Zeit nie genau denn aufhörst? üne... Wunderbar der Bühne... Wunderbar ein Haar! Wunderbar der Bühne... Wunderbar der Bühne... Bertholder habe er eine großer Rolle, So, der ist da unten. Okay. Warte mal. Geht, 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 geht. Ach so, der wird schon Level 5. Oh, der hat scheinlich gekriegt. Oh man, der ist jetzt verbrannt. Wunderbar, der wird jetzt hier, ne? Ach so, ja, okay. Das hat das Auto? Also, der ist sicherlich. Ach so, der ist sicherlich. Das sind die Leute. Das sind die Leute. Oh fuck, ich hab die Pferde gecheckt, Alter. Ja, ich denke, du hättest ja auch nicht so ein Pfeierweinblatt. Sieht auch schon mal ganz gut aus, Leute. Okay, okay. Hat er nicht ab, Alter. Oh, ich bin gerade nicht so gut gelb. Die Netten vollkommen bin ich gefickt. Wir müssen siegen. Ich bin gerade nicht so gut. I know I'm looking for them to go. Can anybody in this state fly? I'm doing it all right? I'm doing it. I'm getting out of the way. I can't do it. I don't know. I can't do it. I can't do it, man. Das ist der Eich! Das ist auch kaum... Schuss! Wir sind in Metal Nr. 9 So, wir sind jetzt in der W10, dann ist es auch bald schon geschafft. Kann da noch einer? Seht's nicht. Ich glaube schon, oder? Also, brennt da noch einer? Nein. 5.000 Dollar schon, Alter. Ich will dann wieder in der Plage gehen. Nur Level L 10 jetzt, ja? Das ist Level L 48 stripes, oder? So, weiter geht's. Boah, Bruder, wo verpissst du dich? Wir haben es vielleicht geschafft, Leute. Boah, Alter! Wir haben 9 Minuten. Will Blut. Wir sind irgendwie nicht gescheuert. Ulf, ich bin nicht... Uff, ich bin nicht gescheuert! Uff... Ich kann mir den Zaun abgegriffen, aber es ist nicht auch relativ... Ich muss nicht durch! Latzer! Dann fährt man die Richtung wieder. Ich hab's eilig. Feierder, man. Ich treffel jetzt den vorletzten Level, Alter. Sieht so weit aufeinander, dann hab ich nicht gehofft. Aber okay. Dann fährt man hier hin. Dann fährt man so ne kleine Runde. Schlüssel. Hier. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Jetzt fährt man so weit. So weit. Dann fährt man. So weit. So weit. So weit. So weit. So weit. So weit. Jetzt kann ich schon eine Abkürzung nehmen, irgendwie, Volkerlos. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, die sind ganz dicht beieinander, bei dem einen fahr ich jetzt vorbei, dann fahre ich so, 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 dann wieder zurück und fahre da ein, also erst den, da, 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 Feuerwehr im Einsatz wieder, wir haben fast geschafft, Leute, ich muss den zwei Fels am Anfang, die Graffitis kommen auch bald, da sind alle gelöscht, ja? Puh, war gar nicht mal so schlecht. Wir haben niemals Feuerwehrleube, wir haben niemals Feuerwehrleube, wir haben niemals Feuerwehrleube, wir müssen aufhören, dass ihr keine Bullenplatten fahrt. So ist es. So ist es. Losch! Oh, der verpippt dich! Jetzt schau weg hier, schau weg hier. Stern machen Abgang, Stern machen Abgang, mein Abgangsstern, bitte. Wir haben es geschafft Leute, ich bedanke mich für's Zusehen. Wir haben es geschafft, die Feuerwehrmissionen werden beendet. Ich bedanke mich nochmal für's Zusehen, wir sehen uns im nächsten Part Leute, bis dahin, Ciao.